Hallo und Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Strafkommission Online und ich bin hier gerade des Weges gegangen und habe hier diese beiden mit dem Herrn gefunden. Ja, mal gucken was die jetzt hier wollen. So, mal gucken. So, Bab. Ja, musste mich mal, aber was geht jetzt hier ab? Hm. Aber ich sehe gerade, meine Mikrofoneinstellungen sind unoptimal, jetzt müsste ich lauter sein. Das müsste besser sein. So, warum, wo drin würfelt jetzt hier? Ja. Zankpuste den Rauch aus, hier steht schon irgendwie. Alter. Oder du musst husten. Und was suchst du hier? So, ich suche Weasel. Wie schreibe ich denn das? Ja, doch. Ja. Ja. Ähm. So. Petition. Kann ich durch. Ja. Mal gucken. Ja. 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 Hier ist doch Eine mal gewesen Zenk sucht kurz zu Odrin und zuckt mir den Schultern Odrin nähert noch einmal tief Inhaliert noch einmal tief den Stängel und wirft ihn dann ins Wasser Alter, was ist denn los mit dem? Vor die Raucher hier Eilig, ich muss Also von mir aus kannst du durch, ja gut So Da steht jetzt hier noch Mirin und wer ist denn das? Hammer war das da genau Mirin Kann nicht durch Was? Voll pisst Ey Bester Stück Verdammt, das habe ich wahrscheinlich bald übersteuert Sorry Gut, mir egal Weasel ruft Weasel ruft Als einst die Barriere schaffen würde, geriet sie außer Kontrolle und wurde größer als die Als dies Als dies von den Magiern erwünscht war Sowas ist da So Scheint wohl gerade so eine Art Expertenvortrag über die Barriere statt zu finden Stimme ich mal hier ein bisschen näher ran, damit Weasel weiß, dass ich da bin Und Die Barriere sollte eigentlich kleiner sein? Erstaunt Weasel ruft, diesem Rätsel möchten wir nachgehen, wie schon so viele zuvor. Ich denke, hat Weasel zu... So, hoffentlich hat das jetzt zur Kenntnis genommen. Scheiß, boah. So, hoffentlich hat das jetzt zur Kenntnis genommen. Denn Weasel und ich stehen im Eskalofo ein bisschen in Kontakt, aber nur so am Rand erwähnt. Und jetzt bin ich mal gespannt, was er hier für einen Vortrag hält. Und was das hier überhaupt für eine Expedition ist und weshalb wir hier sind. Und naja, ich bin gespannt. Mal gucken, was rauskommt. Geldon knurrt der Magen, aber er hört gespannt zu. Mie drängelt sich in die erste Reihe, um eine bessere Sicht auf den Sprecher zu haben. Weasel ruft, doch eine, nickt sowas zu, doch einige Neuerkenntnisse bringen uns her. Ja, Weasel ruft, es geht, wie so oft, um das magische Erz. Okay, das würde, also wenn es um Erz geht, würde das hier die einige Schürfe hier erklären. So, machen wir hier einen Guard. Rolaf, ich habe fünf Erz. Was für ein Kunde, Alter. Ich bezweifle, dass er eine fünf magischen Erz uns hier aus der Beere rausbringt, denn ich schätze mal, darum geht es hier nämlich. Die Freiheit. Aber wir hören mal gespannt weiter zu. Weasel ruft, ich benötige eine großflächige Freilegung der Erzadern in diesen Höhlen. Okay. Erstes gemeinsames RP. Äh, 72. Aufnahme. So, ja, Grüße an Engelbert, der auch auf YouTube Manu heißt. So, ähm, äh, was, jo. Weasel ruft, bevor die Frage aufkommt, weshalb ich nicht jedes Experiment in einer neuen Mine durchführe. Der Patten holt seine Hacke hervor, der weiß schon genau, worum es geht. Ja, Grüße an Engelbert, Anmang. Sehr treuer Zuschauer. So, was haben wir hier? Bei der wäre MRP, Noreen, XD. Weasel ruft, wir wissen nicht, inwieweit die Magie sich auf das Erz auswirken wird. Okay. Magie, Erz, Barriere, was? Ich versuche das jetzt hier gerade noch zu einem logischen Zusammenhang zu kriegen, aber irgendwie... Naja, Weasel wird es bestimmt gleich irgendwie sinnvoll erläutern. Weasel ruft, gut möglich, dass ihr danach krampfhaft am Boden liegen könntet vor Schmerzen. Kaios rollt mit den Augen. Dorian grinst bei der Vorstellung. Alexis lacht leider. Weasel ruft, über das, dass Erz seine Kraft verliert, gewiss erst nach dem Experiment. Wie können wir denn nicht den Schläfer holen? Er ist ja nicht geistreich. Was denn ein Schläfer? Gierfried, ey, Genius. Naja, der weiß ja MRP nicht, oder vielleicht weiß Gierfried MRP ja nicht, aber da hat man nie was von dem Schläfer gehört. Mich ignoriert das Gelaber, der Menge untürt, konzentriert bei Weasel zu... Ja, wobei weiter... Naja, egal. Äh, Weasel ruft, nein, zu Brollof. Keinen Schläfer diesmal. Wahrlich. Hat's immer mit seinem Wahrlich. Naja, das ist ziemlich cool. Weasel ist einer, der viel Wahrlich sagt. Dies ist wahrlich, ein beklemmender Ort. Die Musik ist wahrlich. Passend. Oh, jetzt hab ich voll übersteuert, sorry. So. Irgendwie gibt's aber grad Legs, oder bin ich da? Oder war... Ah, okay, jetzt geht... Ah, ja. Lasos ist gespannt. Und... Noren zieht Alexis ein Stück mit sich, okay. Weasel ruft. Nun, so geht hinein, Schürfer, und legt die Erzadern frei. Kuja geht. Mi greift zu seiner Spitzhacke. Oh Gott, was für Legs, Alter. Diese Legs. Wenn da, ich hab' mindestens 3-4 Sekunden gebraucht. Oh, jetzt bin ich im Stand. Für die Freiheit. Ich werd' jetzt kommt gleich irgend so'n, so'n, so'n Genius, der fragt, wieviel dabei rausspringt, oder so'n Dreck. Warte mal. Ja, natürlich. Was für euch... Oh Gott. Wer war'n das? Ich weiß es jetzt gar nicht. Olven. Genau erstmal, was wir bekommen. Freiheit. Vielleicht. 30 Brocken. Alter, diese Legs. Junge. Ich hab' die Nachricht vor 100 Jahren abgeschickt. Ich will's noch nicht übertreiben. Aber trotzdem. Vor 100 Jahren. Verpflegung wird kostenlos sein. Okay, das ist grad'n bisschen creepy. Wie hier alle rumstehen. Die... Die Sounds dazu. Wahrscheinlich hört man die gar nicht, weil ich die Musik drunter gelegt hab' und vergessen hab' das jetzt mal auszuschalten. Aber guckt euch das mal an, wie alle hier ganz creepy einfach nur rumstehen. Niemand sagt irgendetwas. Vielleicht lass' ich auch die Musik unter dieser Folge einfach mal weg. So, jetzt geht's wieder. Okay. Leckt der Chat? Nein. Ruft. Diesmal ist es wahrlich ein Akt zur Annäherung an die Freiheit. Lächelt. Alter. Jetzt husten wir hier lassen. Das geht ja mal voll auf den Sack. Hm. 30 Brocken. So. Sich... Sich vor Schmerzen am Boden zu krümmen, ist wohl für... 30 Ärztin verpflegen wert. So, jetzt greif' ich mir aber hier nochmal Weasel. So. Ich geb' dir gleich eine... So sowas. Hä? Ich hab' da ne Spitzhack oder was meint der? Na egal. Weasel flüstert. So. Kommt gerne etwas weiter mit mir. So. Hab' er wahrscheinlich nur die Hälfte vom Vortrag gehört. Und bin ja mal gespannt, was er jetzt zu sagen hat. Der Weasel. Der Weasel. Der Koa Weasel. Der Koa Weasel. So. Und auch dort aufnehmen und so weiter. Und, äh. Und, äh. Mal gucken. Mal gucken, altes oder neues Lager. Muss ich mal sehen. Vielleicht im alten Lager. Mal gucken. Aber auf jeden Fall. Einen werde ich auf jeden Fall als mein Main-Char nehmen. Wenn ich auch am meisten ausspielen werde. Und so. Wirasel flüstert. Äh. Weasel flüstert. Nun. Ich studierte die Erzvorkommen und mir fiel auf, dass am Rande der Barriere die Erzvorkommen... Die Erzvorkommen... Einen Moment. Nie nix. Die Erzvorkommen... Einen Moment. Nie nix. Koras. Ich glaube, hier ist eine neue Mine. Weasel. Weasel ruft. Schützt bitte die Schürfe. Die Goblins sind nicht zu unterschätzen. Sie ist alt und bedeutungsvoll. So. Mal gucken, was er weiter zu sagen hat. Ich könnte eigentlich auch mal irgendwann anfangen, die Grafikeinstellungen im Hauptspiel hochzuschrauben. So. Nun. Dafür hat er so lange gebraucht. Noreen, ey. Äh, nicht Noreen. Mehring. Ach. Lass mal auch nicht hinsetzen. Ach so. Weasel flüstert. Die Erzvorkommen nehmen wahrlich zu am Rande der Barriere. Und so ist es nicht auszuschließen. Oh je. Ich ahne, worauf er hinaus will. Ich ahne es schon, worauf er hinaus will. Oder was er damit sagen will. Was das Erz mit der Barriere zu tun hat. Dass die Barriere in einem gewissen... Ja, okay. Wechselwirkung mit der Erz. Das heißt vermutlich, dass die Barriere nur so groß werden konnte. Naja gut. Ich werde es ja gleich sehen. Vielleicht meint er ja auch was anderes. Aber ich vermute mal, er wird jetzt meine Vermutung bestätigen. Oder ich schätze mal, er wird meine Vermutung beschädigen. Ja, okay. Wusste ich es. Also das Erz ist dafür verantwortlich, dass die Barriere allgemein so eine riesige Größe angenommen hat. Und das Erz stabilisiert sozusagen die Barriere. Das... Wie schreibe ich es? Leuchtet ein. Wer dies versteht, kann daran forschen, einen Ausweg aus dem Gefängnis zu finden. Aber warte mal. Es gibt doch eigentlich nur so gesehen zwei Stellen, an denen die Barriere... Oder die dafür sorgen, dass die Barriere so groß ist. Das ist aber die alte Mine und die freie Mine. Weil dort grenzt direkt die Barriere. Daher müssen wir nun sehen, inwieweit das Erz in Wechselwirkung mit Magie steht. Und der aktuelle Plan sieht vor, dass ein Schürfererz hier abbauen oder wie. Das Drum und Dran verstehe ich aber. Was können wir hier schaffen, um an unsere Freiheit zu kommen? Dann... Ah Mist. Scharfen falsch geschrieben. Oh na. Nee. Scharfen. Ach man. Fenster. Gut. Jetzt bin ich aber gespannt. Weil hier ist ja eigentlich so ziemlich der Mittelteil der Barriere. Nun, wie erwähnt, ich weiß nicht, um was das ausmaßbar. Okay. Ja, weil eigentlich ist ja hier so ziemlich mit die Mitte der Kolonie. Aber vielleicht polarisiert das gesamte Erz innerhalb der Barriere, egal wo es liegt. Das gesamte Erz innerhalb der Barriere polarisiert vielleicht die Barriere so groß. Naja. Wir werden es ja in Kürze erfahren. Wiesel flüstert. Und so ist es besser, hier dieses Experiment durchzuführen anstatt die Mine des neuen Lagers zu zerlegen. Ich wäre ja dafür... ähm... Die Mine des alten Lagers zu zerlegen. Nein Spaß. Wiesel flüstert. Sollten wir dort etwas zunichte machen. Aus Versehen wäre dies fatal. Fatal. Dies wäre fatal. Na dann. Ran ans Werk. Mi. Naja, wobei. Mi ist... ach... So was ist voller Tatendrang. Tatendrang. Ta... Ach man. Tatendrang. Stand so. Na gut. Ich war nur kurz so weit. Na gut. Wahrlich. Mal wieder wahrlich. So, na gut. Dann gehen wir mal hier rein. Diese... Gänge... Höhlen Gänge erinnern mich sehr an... Ach guck mal hier ist nett. So äh... Hey sowas. Mi nickt nett zu. Und... Sucht... Erz. Komm ich zeig dir noch eine freistelle Lächel... Ah okay. So. Ich erinnere mich an diese Höhlen Gänge aus meinem Gothic 1 Let's Play. Damals habe ich einen Feuermarker gespielt, der... war ja Kampfmarker sozusagen mit einem Handschwert und Bogen. Aber jetzt ziehe ich coole Kombi. Ist schon echt eine Weile her jetzt schon wieder. Knapp... Zwei Jahre. Mindestens. So nett. Na dann. Salz Ader. Womit denn? Irgendwie... Kann ich den nicht schürfen? LOL. Oh mein Gott. Mein Gott. LOL. Ähm... Ja mein Spiel hat es grad zerlegt. Ja. Ja.